hallo leute und herzlich willkommen bei einem kurzen ankündigungsvideo in wenigen tagen startet sie wieder die fußball bundesliga und alle sind gespannt welcher verein wird meister wer steigt ab wer kommt in die champions league plätze und so weiter und so fort ihr seid natürlich noch mitten gerade dabei in die buddhi check folgen rein zu hören so hoffe ich es jedenfalls und seid bestimmt auch schon ganz heiß wenn es dann am freitag mit dem eröffnungsspiel bayern gegen hoffenheim losgeht und dementsprechend haben wir ein tippspiel gestartet ein gemütliches tippspiel auf kicktipp.de und wir würden uns freuen wenn da noch ordentlich leute sich anmelden würden momentan sind wir ich weiß gar nicht ob 14 leute die angemeldet sind und ja umso mehr desto lustiger würde ich sagen das ganze halt noch ein bisschen interessanter zu gestalten wird es während der laufenden saison auf jeden fall immer mal wieder kleine events geben ich weiß noch nicht wie die aussehen werden vielleicht sowas wie wer holt im september die meisten punkte oder wer steht zum ende der hinrunde auf dem ersten platz bei dem bei den addierten punkt zahlen hier im tippspiel wer holt am ende sogar den sieg und da wird es ein bisschen was geben ich weiß noch nicht so hundertprozentig was ein bisschen was werde ich wieder über meinen 3d drucker machen lassen da gab es ja beim wm tippspiel einen kleinen weltmeisterschaftspokal und ich denke irgendwie sowas in der art wird es dann hier auch beim bully tippspiel geben da das alles natürlich ein bisschen länger dauert was über fast ein ganzes jahr hin habe ich mir überlegt ein paar events so zwischendurch einzubauen ist ganz lustig macht bestimmt spaß und ja ich würde sagen seid dabei ist noch nicht zu spät jetzt fragt ihr euch natürlich ja aber wie denn wie den godi das kann ich euch sagen entweder es gibt viele möglichkeiten ich brauche so oder so ich brauche eure e mail adresse eure e mail adresse mit der euch dann der ich euch dann einladen kann zu dem tippspiel weil wir haben eine geschlossene runde darf also eigentlich nicht jeder rein und die e mail adresse könnt ihr mir wenn ihr da wie heißt es schmerzweise natürlich in die kommentare hier unter diesem youtube video schicken oder posten ihr könnt sie mir aber auch an info at godi lp.de mailen mit dem verweis irgendwie hey ich möchte gerne mitspielen schreibt bitte auch direkt euren namen dabei womit ihr auf dem youtube kanal oder bei twitch unterwegs seid und so würde ich euch auch bitten wenn ihr euch dann anmeldet ihr werdet dann nach einem usernamen gefragt es ist also alles kostenlos das nur noch am rande und dann werdet ihr nach dem usernamen gefragt nehmt bitte den mit dem man euch auch dann kennt dann kann man das wunderbar zuordnen auch später für die ja für die kleinen preise die es geben wird vielleicht auch ein paar amazon gutscheine also ich muss mal gucken ich bin da noch komplett am überlegen oder machen wir so also wenn hier noch am ende 40 leute stehen dann gibt es auch regelmäßig amazon gutscheine irgendwie also und 25 euro gutscheine oder so für event sieger oder so irgendwas was sich auch lohnt muss ich mir noch überlegen ja entweder über e mail oder hier die kommentare man kann aber auch bei youtube glaube ich privat nachricht schreiben müsste mal gucken habe ich lange nicht gemacht ob das wort noch möglich ist ihr könnt mir aber auch auf facebook schreiben oder auf twitter da bin ich also auch unterwegs oder wenn ihr bei twitch manchmal reinschauen auf meinen kanal nicht einfach anflüstern da kriege ich also auch die nachrichten es gibt viele wege mich zu kontaktieren macht mal einfach und ich und die leute die schon angemeldet sind würden sich natürlich freuen wenn es da noch ein bisschen konkurrenz gibt in dem sinne meldet euch an macht's gut und am freitag geht's los ich bin schon ganz heiß tschüssi